ARD Text im Auftrag von Funk Hier hab ich uns mitgebracht. Ich muss da wieder raus, Papa. Die brauchen mich. Du bleibst jetzt hier. Papa, lass mich! Beruhig dich, Junge. Der Junge soll gehen, wenn er das will. Der Führer braucht jetzt jeden Mann. Ich kann eure Scheißhausparolen nicht mehr hören. Wilhelm. Was haben Sie da gesagt? Leck mich doch am Arsch. Du hörst dann die nächste Laterne, das sag ich dir. Mit Leuten wie dir machen wir kurz einen Prozess. Hol lieber Wasser. Da unten gibt's kein Wasser. Dann hol was von oben. Hast du ne Macke? Komm schon, großer Held, ich beschütz dich. Peter! 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 Peter!